So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Gestern Abend, ich war leider nicht im Lande, gestern Abend, so ich sag mal gegen 22 Uhr, wurde Zorua released das zweite Mal und natürlich dadurch auch Zoroark, also die Weiterentwicklung, was sie ja mit 50 Bonbons entwickeln können. Jetzt sehe ich seit gestern Abend, die Leute sind überfordert, die kommen gar nicht mehr klar. Ja, was, wie, wo, was ist das, was war das hier jetzt schon wieder, was, woher und warum und überhaupt. Deswegen habe ich gedacht, ja, sobald du heute nach Hause kommst, jetzt um 14 Uhr, machst du trotzdem noch ein Video drüber. Ich denke zwar, brauchst du nicht mehr, hat jetzt schon jeder erklärt, aber ich sehe ja trotzdem in der Community, die Leute sitzen da mit ein Fragezeichen auf dem Kopf, manche haben immer noch keins. Was steht jetzt hier? Wie bekommst du das jetzt also? Ein lause Fuchs geht um, zur Ruhe erscheint in Pokémon Go. Sehen wir etwa doppelt? Hat sich euer Kumpel Pokémon vervielfältigt? Nein, das ist nur einer von Zoroas Tricks. Ihr habt richtig gehört. Zoroa erscheint jetzt weltweit in Pokémon Go. Das lause Fuchs Pokémon und das Polymor Fuchs Pokémon Zoroark geben ihr Debüt in Pokémon Go. Ihr könnt wilden Zoroa begegnen, sofern ihr ihre Trugbilder durchschauen könnt. Für 50 Bonbons also entwickelbar. Und dann, ja, aber keine Ahnung. Jetzt steht hier halt Teil 2 des Halloween-Events, der Rest noch da. Und zur Ruhe wurde jetzt auch hier in die, wie man sieht, wilden Spawns aufgenommen. Also das könnt ihr nicht aus Eiern schlüpfen, das kriegt ihr nicht aus dem Raid. Was zählt jetzt zu wilden Spawns? Also alles, was man in der Wildnis kriegen kann. Das heißt, ihr könnt zur Ruhe wild bekommen, wenn das irgendwo rum sitzt. Ihr könnt es aus einem Log-Modul bekommen. Wenn ihr ein Log-Modul anmacht, kann auch was erscheinen. Auch aus dem Abenteuerrauch und aus dem normalen Rauch. Ich habe die wildesten Theorien gelesen, dass manche gesagt haben, ja, du musst Rauch anhaben, dann erscheint das erst. Nee, es ist einfach ganz, es ist ganz einfach. Ihr habt einen Buddy in Pokémon Go. Und zur Ruhe ist jetzt bis zum, steht das überhaupt da? Bis zum 1. November. Genau. Bis zum 1. November 10 Uhr taucht das jetzt einfach auch noch auf. Getarnt als euer Buddy auf der Map. Und das ist alles. Mehr Fragen gibt es dazu nicht. Was natürlich sinnvoll wäre, wenn ihr euch ein Pokémon nehmt, was halt jetzt gerade nicht ein Event-Spawn ist, so dass ihr direkt erkennt, das ist ein Zur Ruhe, halt getan als euer Buddy, damit ihr das eben erkennt. Ich zum Beispiel bin die ganze Zeit mit Scaraborn gelaufen im Event, weil ich versuchen wollte, die XL voll zu machen, dass ich das auch mal maxen kann. Hat ja auch noch eine Mega-Entwicklung. Jetzt habe ich gestern, nachdem das gepostet wurde, dass das da ist, mein Handy angemacht. Nichts gesehen. Mein Scaraborn war auf der Map. Das war noch gefüttert. Und ungefähr 5 Minuten später sehe ich plötzlich ein zweites Scaraborn neben meinem Scaraborn stehen, fest an seinem Platz. Scaraborn ist ein regionales Pokémon, das gibt es nicht in Deutschland. Also war ja für mich klar, wenn neben meinem Buddy-Pokémon, neben meinem Buddy-Scaraborn, ein wildes Scaraborn erscheint, dann ist das zur Ruhe, weil das ja mein Buddy-Pokémon nachmacht und dessen Gestalt angenommen hat. So habe ich also ein Scaraborn im Fangbildschirm gehabt. Es hat sogar die Best-Buddy-Schleife dran gehabt. Und nachdem ich es dann gefangen habe, hat es sich umgewandelt, was übrigens sehr cool aussah, diese Animation, und wurde zu einem zur Ruhe, was ich dann im Beutel hatte. Jetzt gab es wieder Leute, die gesagt haben, schade, dass man nur eins fangen kann, aber nein, ihr könnt natürlich mehrere fangen. Ja, bis zum 1. November Zeit, die zu fangen. So viele, wie ihr kriegen könnt, so viele, wie es da gibt. Ich bin später noch ein bisschen rumgekommen, habe zwei Scaraborn nebeneinander gesehen, die nicht mein Buddy waren, habe die beide gefangen, waren auch beides zur Ruhe und haben sich verwandelt. Bringt natürlich jetzt nichts, wenn ihr zum Beispiel als Buddy einen Irrbis habt. Ihr sagt, ah, ich habe hunderte Irrbis, ich will damit angeben, tue ich Irrbis rein, und auf der Map sind sowieso überall Irrbis. Wenn da ein zur Ruhe Irrbis dabei ist, würdet ihr das ja nicht voneinander unterscheiden können. Ihr könnt jetzt also euch einfach einen super genialen Buddy raussuchen, einen Shiny Mewtwo oder sowas, oder irgendein anderes Lieblings-Shiny, und wenn ihr dann das auf der Map seht, oh mein Gott, das Shiny Mewtwo sitzt dort an diesem Stopp. Ich bin da gerade langgelaufen, da ist Shiny Mewtwo gespawnt. Wisst ihr, das ist zur Ruhe in seiner Verkleidung. Der Buddy muss noch nicht mal gefüttert sein, das ist auch das nächste Ding. Manche haben gesagt, du musst den Buddy füttern, der Buddy muss mit auf der Map sein, muss er aber nicht. Der Buddy kann auch einfach nur euer Buddy sein, ohne dass der gefüttert ist und rumläuft. Was machst du denn? Du tust wie hier, guck mal Pupsi an. Pupsi hat gerade hier wohl auch einen zur Ruhe gefangen, das passt jetzt gerade sehr gut hier rein. Sie hat, glaube ich, Keifel, war das, Keifel als Buddy gehabt, hat jetzt einen Keifel gesehen auf der Map, hat das Keifel jetzt gerade angedrückt, und es hat sich jetzt verwandelt in zur Ruhe. Fertig. Und so habt ihr hier ein zur Ruhe. Einfach so, weil sie einen Keifel als Pokémon hatte. Ihr könnt da die wildesten Experimente machen, ihr könnt da gerne mal reinschreiben in die Kommentare, welchen Buddy habt ihr momentan, welche krassen Pokémon spawnen also bei euch, die als zur Ruhe getan sind. Bei mir war es jetzt also Skaraborn, ich werde jetzt auf Taurus wechseln und ich kann Taurus einfach anlegen, ich muss es nicht füttern, es muss nicht auf der Map sein, trotzdem können dann wilde Taurus spawnen. Und wenn ich die sehe, weiß ich ja, das ist mein Buddy-Pokémon. Und wenn ich die fange, verwandelt die sich in zur Ruhe. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Ihr müsst nicht füttern, der muss nicht auf der Map sein, nicht, der kommt nur aus Modulen, nicht, der kommt nur aus dem Rauch, der spawnt wild. Dadurch, dass er wild spawnen und vom Rauch auch wilde Pokémon angelockt werden, kann der auch aus dem Rauch mitkommen, zusätzlich und auch aus einem Modul natürlich erscheinen. Wenn ihr am Modul sitzt und da kommt Pokémon raus und plötzlich steht da euer Buddy auf der Map, kann alles sein. Und das ist der ganze Zauber. Sammelt ein paar Bonbons, ich weiß nicht, holt euch den Eintrag halt, kann man momentan nicht tauschen, kann man glaube ich auch nicht verschicken, weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert, mal gucken, wie viel man so kriegt, mal gucken, wie viele Bonbons man machen kann, mal gucken, was das Beste ist, was man danach hat. Es gehen ja schon wieder Videos rum und Gerüchte, dass es einen Trick gibt, wie man garantiert ein 100%iges bekommt. Leute haben zum Beispiel gesagt, bei mir in der Stadt ist ein 100er gespawnt, ich bin da hin, dann haben die zum Beispiel einen Giratina als Buddy gehabt, das 100er saß auf der Map, 100er Giratina im Fangbildschirm, wild, und nach dem Fang hat es sich natürlich in zur Ruhe verwandelt und hat dann die EV random neu gewürfelt, sodass es keinen 100er mehr hat. Jetzt gibt es aber einen Trick, wenn man wohl den Buddy wechselt und dann wieder wechselt und dann nochmal wechselt und 5 Millionen mal wechselt und hin und her, sodass das Pokémon komplett verwirrt ist, sitzt es nicht als euer Buddy auf der Map, sondern es hat seine Tarnung schon verloren und sitzt als zur Ruhe auf der Map. Und wenn das eben ein 100er war, ist es dann eben ein 100er zur Ruhe und ihr könnt das zur Ruhe direkt fangen, ohne dass es sich nochmal verwandelt. Das werden jetzt ein paar Leute ausprobieren, wir auch, ich auch, hin und her, mal gucken, ob haben es schon in der Community, im Telegram-Fan-Chat wird darüber gerade viel geschrieben, auch bei uns. Also mal gucken, manche haben sich da was geholt, haben sich bedankt. Es gibt ja viele, die eine Map haben, die das anzeigt, dass da angeblich ein 100er zur Ruhe sitzt. Und wenn ihr nicht wollt, dass sich das verwandelt und dann ein Random-EV hat, müsst ihr halt so machen, dass es seine Tarnung verliert und dann als 100er direkt schon als zur Ruhe da sitzt. Dafür dürft ihr aber keinen zur Ruhe als Buddy nehmen. Ihr müsst einfach ein normales nehmen wahrscheinlich und wechselt dann den Buddy auf was anderes. Wechselt dann auch wieder zurück. Wahrscheinlich müsst ihr ein Stück laufen, dass ihr das nicht mehr seht, hin und her. Es ist, ich weiß noch nicht ganz genau, wie es funktioniert, aber auf jeden Fall gibt es, das Pokémon trickst uns aus, wir tricksten zurück und so können Leute sich mittlerweile auch ein 100% EV zur Ruhe gönnen, wenn sie wissen, wo ein 100er sitzt und können das gezielt dann hunten. So, schreibt mal rein, was ist euer Buddy? Was habt ihr momentan? Bei mir war es Skaraborn, jetzt habe ich gerade Tauros drin, weil ich bei dem noch ein paar XL eigentlich sammeln möchte und ich hoffe, alles ist geklärt, die Fragezeichen sind weg. Dieses Ganze, ey, ey, guckt mal hier, jetzt hat es hoffentlich wirklich jeder mitgekriegt. Es wird wahrscheinlich auch jeder schon ein Video drüber gemacht haben. Ich bin wieder der Letzte, aber möchte auch meinen Senf dazu abgeben. Ansonsten noch viel Spaß beim Halloween-Event. Heute 15 Uhr wird noch ein richtig fettes Video kommen, was bitte alle gucken und, ja, seht ihr dann, wenn es soweit ist. Es war nämlich mein erstes Sponsor-Video. 200 Euro sage ich nur, mal gucken, was ihr dazu sagt. Vielleicht muss ich es auch nochmal verschieben, weil das jetzt zu knapp ist. Ansonsten warten wir natürlich auf die November-News, was uns da alles erwartet und heute wollte ich noch ins Kino zum Halloween-Ends. Wenn ihr den geguckt habt, schreibt es mal rein und schreibt rein, was ihr für Buddies habt, mit was ihr zur Ruhe gefangen habt. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und eure Pupsi. Ja, und jetzt hier Kai will fangen oder was. Ciao.